Ein neuer Tag, ein neues Update. Im heutigen Video schauen wir uns die Tesla-Aktie an, C3 AI, NIO und die Nike-Aktie. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Los geht's! Ein Glück habe ich die Tesla-Aktie am 12.09. bei knapp 228 US-Dollar verkauft. Nein, Spaß beiseite. Mit Glück hat das natürlich nichts zu tun, sondern alles charttechnische Wahrscheinlichkeiten. Das Ganze passiert auch nicht zum ersten Mal bei Tesla, denn zum ersten Mal habe ich in diesen Preisbereichen Profite genommen bei knapp 290 US-Dollar. Danach haben wir gesagt, Tesla wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit abverkauft werden und sind entsprechend in diesem Preisbereich hier unten wieder eingestiegen. Mit bullischen Erwartungen hatten hier drei bierische Preisziele, um einzusteigen. Wenn man also den Durchschnittspreis einmal nimmt und bis zum letzten hoch berechnet, haben wir hier knappe 22% plus gemacht. Wie gesagt, ich persönlich habe an diesem wichtigen Punkt Profite genommen und das hat sich auch definitiv gelohnt, denn seitdem wurde Tesla um knappe 12 bis 13% abverkauft, hat jetzt auch die Woche bärisch geschlossen. Damit bin ich hier weiterhin auf der bärischen Seite und werde jetzt ganz genau darauf achten, was Tesla im Preisbereich der 222 bis 226 US-Dollar machen wird. Denn dort haben wir einen sehr wichtigen aufsteigenden Support. Wenn wir diesen Support nach unten verlassen sollten, wäre das ein bärisches Signal. Dann müsste man aufpassen mit Long einstiegen. Stand heute kann man erstmal davon ausgehen, dass wir an diesem Support wieder nach oben bouncen werden. Aber um hier wirklich sicher zu gehen, muss man das Ganze in diesen Preisbereichen genauer unter die Lupe nehmen. Dass der Nasdaq auf jeden Fall noch etwas Platz nach unten hat, habe ich euch ja gestern schon gezeigt. Darum glaube ich, dass es auch bei Tesla sehr wahrscheinlich ist, dass wir zumindest die 224 US-Dollar nochmal sehen werden. Am 7. August hat der RT bei uns in der Discord-Gruppe gefragt, ob ich denn C3 AI anschauen könnte und ob man da eventuell einsteigen könnte. Grüße gehen raus an RT. Die Analyse von mir dazu war die folgende. Und zwar, dass C3 AI mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nach unten ausbrechen wird und entsprechend diese drei Preisziele in Frage kommen. Wenn wir jetzt auf den Live-Chart springen, dann sehen wir, dass wir einige Tage später auch perfekt alle drei Preisziele erreicht haben. Am Freitag jetzt auch das letzte Preisziel, punktgenau erreicht bei 24 US-Dollar und 49 Cent. Das heißt, damit, dass man in diesem Preisbereich damals nicht eingestiegen ist, hat man sich jetzt auf jeden Fall knappe 35% gespart. Aktuell denke ich aber tatsächlich darüber nach, bei C3 AI mit einer ersten kleinen Position einzusteigen. Wo genau ich das machen werde, werde ich dann entsprechend bei uns in der Discord-Gruppe mitteilen. Aktuell sollte man bei C3 AI vor allem auf diesen letzten Downtrend achten, also diese rote Linie. Wenn wir hier es schaffen sollten, nach oben auszubrechen, hätten wir bereits das erste bullische Signal. Dann könnte man sich schon überlegen, einen ersten Einstieg zu tätigen. Ansonsten habe ich hier noch ein Alternativpreisziel, deswegen in Orange bei knappen 18 US-Dollar. Das wäre aktuell das Worst Case, wenn C3 AI hier komplett abschmieren sollte, in den alten wichtigen Support-Bereich nochmal fallen sollte. Gehe ich im Primärszenario aber erstmal nicht davon aus. Ich glaube, wir werden in diesen Preisbereichen eine Trendwende sehen. Wo genau diese Trendwende stattfinden könnte, werde ich mir noch nächste Woche genauer anschauen. Wenn der Handel hier wieder eröffnet ist, dann muss man einfach darauf achten, wie die Aktie auf bestimmte Preisbereiche reagiert. Stand heute habe ich bei C3 AI aber erstmal keine weiteren bärischen Preisziele mehr. Darum wird diese Aktie in den nächsten Tagen und Wochen meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr spannend. Auch die Nike-Aktie war in den letzten Wochen deutlich unter Druck. Vor einem Monat habe ich die VIPs bereits gewarnt. Wenn Nike unter unser rotes Preislevel fallen sollte, dann haben wir hier knappe 12% Downside-Potenzial. Entsprechend auch die bärischen Preisziele dazu, weil wir an dem Tag genau dabei waren, die rote Linie zu unterschreiten. Was wir aktuell sehen, ist, dass Nike im weiteren Verlauf alle drei bärischen Preisziele abgeholt hat und somit jetzt am Freitag an einem wichtigen aufsteigenden Support gelandet ist. Dafür gehen wir mal auf den Wochenchart und ihr seht hier diese schöne Support-Linie. Das bedeutet, kurzfristig kann es hier sein, dass wir eine kleine Erholung sehen werden. Dann langfristig muss man auf jeden Fall aufpassen, dass die Nike-Aktie nicht unter 90 US-Dollar fällt. Denn wenn wir unter 90 US-Dollar fallen sollten, ich mache hier am besten auch gleich eine rote Linie rein, damit es an dieser Stelle ganz klar ist, wenn Nike unter die 90 US-Dollar fällt, dann haben wir hier ein deutlich größeres Potenzial. Denn das wäre das technische Preisziel aus einem tieferen Tief nach dieser Erholung, die wir zuletzt gesehen haben, auf 131 US-Dollar. Und damit würde die Nike-Aktie wieder in einem übergeordneten, sehr wichtigen Support-Bereich landen. In Prozent wären das von der roten Linie aus nochmal 22 bis im Worst-Case 45 Prozent. Wahrscheinlicher ist es, dass wir bereits im grünen Bereich bouncen werden, aber das werden wir uns dann im weiteren Verlauf nochmal genauer anschauen müssen. Fakt ist halt, wenn man an dieser Stelle bei Nike einsteigen möchte, muss man das entsprechende Downside-Potenzial auf jeden Fall mit berücksichtigen. Und wenn man hier nicht zu lang im Minus verbleiben möchte, dann muss man sich vielleicht sogar entsprechend unter der roten Linie ausstoppen lassen. Kurzfristig bei einem bärischen Ausbruch hätten wir hier auf jeden Fall nochmal Support im Bereich des letzten Tiefs bei 82 US-Dollar. Wenn dieses Tief aber einmal rausgenommen werden sollte, dann gehe ich stark davon aus, dass wir genau in diese Zielzone abverkauft werden. Aber das erstmal alles ein Alternativ-Szenario und zwar so lange, bis die rote Linie unterschritten wird. Solange wir uns darüber befinden, können wir durchaus erstmal bullisch bleiben. Und es könnte sogar sein, dass wir aktuell eine der besten Einstiegsmöglichkeiten bei der Nike-Aktie für die nächsten Tage und Wochen haben werden. Und zu guter Letzt die chinesische Aktie NIO, zuletzt wieder etwas stärker abverkauft worden. Die Hoffnung war hier, dass wir im Fibonacci Golden Pocket den Support finden werden und von hier aus wieder nach oben steigen werden. NIO konnte den Support leider nicht halten und wurde jetzt deutlich unter das Golden Pocket und auch noch unter das 78,6er Fibonacci abverkauft. Damit ist der nächste Support jetzt im Bereich der 8,02 Cent beim 88,7er Fibonacci. Übergeordnet habe ich euch ja schon mal erklärt, erwarte ich, dass NIO durchaus ganz runter abverkauft werden könnte in die Preisbereiche um die 5 US-Dollar rum. Denn dort sitzt ein sehr relevanter übergeordneter Support. Wir hatten hier nämlich einen starken Widerstand im Jahre 2020. Und ich halte es aktuell für sehr wahrscheinlich, dass wir nochmal komplett hier runter kommen werden in Prozent. Also vom aktuellen Preislevel knappe 36 Prozent. Und dass nachdem wir diesen Support erreicht haben, eine Bodenbildung sehen werden und von hier aus in einen neuen Aufwärtstrend übergehen werden. Das heißt, dieses Szenario würde ich auf jeden Fall nicht abschreiben und ganz klar mit berücksichtigen, wenn man NIO Aktien nachkaufen möchte. Der Chance-zu-Risiko-Verhältnis zum Hoch vom Juni 2022 aktuell gar nicht mal so schlecht. Wenn wir hier einen Stop-Loss unter den Support-Bereich setzen, dann haben wir hier eine 3,5er Chance-zu-Risiko-Verhältnis. Aber es sind halt trotzdem knappe 50 Prozent, die man hier riskieren müsste, um eine Chance von 185 Prozent zu bekommen bis zu diesem Hoch. Darum würde es hier durchaus Sinn machen, wenn man bei NIO einsteigt, das Ganze nicht in einem Rutsch zu machen, sondern den Einstieg in Tronchen aufzuteilen. Zum Beispiel in drei an den entsprechenden Preis-Zielen. Und auf jeden Fall Geld beiseite lassen für diesen übergeordneten Support-Bereich zwischen 5,65 Dollar und 4,50 Dollar. Kurzfristig bin ich bei NIO also aktuell auf jeden Fall auf der bärischen Seite. Die Wahrscheinlichkeit ist aktuell sehr hoch, dass wir alle drei Preis-Ziele abholen werden. Darum handelt immer risikobewusst und stellt euch bei NIO schon mal auf einen weiteren Abverkauf ein. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Wenn ihr hier nichts mehr verpassen wollt, dann kommt auf jeden Fall zu uns in den Discord. Ansonsten sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf dem Kanal. Das war es von mir. Ciao, ciao!